Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und wenn deine programmierten Midi-Drums auch ziemlich langweilig und müde klingen, dann könnt ihr diese Einstellungstricks vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Studio One. Und wer kennt das nicht? Man hat einen Drum-Pattern programmiert, sich einen Song dazu einfallen lassen und während man so mischt und schön weiter Instrumente hinzufügt, stellt man fest, dass das Drum-Pattern der schwächste Part ist. Man kann die einzelnen Sounds sicherlich über Velocity-Kurven, also über verschiedene Anschlagsstärken ein bisschen justieren, aber irgendwie sind die Sounds zu müde, setzen sich nicht durch oder klingen einfach nur eindimensional. Man kann aber mit einem Drum-Simpler wie zum Beispiel Impact, der bei Studio One mitgeliefert wird, die einzelnen Sounds einzeln ausspielen und nochmal nachträglich bearbeiten. Und wie ich das an einem ganz normalen Beispiel gemacht habe, also an einem ganz normalen Pattern, das zeige ich dir heute mal in der Session. Also los geht's! So, da sind wir schon in der Session und schauen einfach mal auf das MIDI-Pattern, was ich hier vorbereitet habe. Ich klicke mal hier oben, droppelt drauf. Ihr seht, in dem Song ist sonst nichts weiter drin, außer diesem Pattern. Und wenn man hier ein bisschen reinzoopt, dann sieht man schon, dass hier im Prinzip nur ein paar Sounds spielen. Hier haben wir einmal die Bassdrum, die hier spielt, dann haben wir hier die Snare und zwei verschiedene Hi-Hats. Aber jetzt auch nicht großartig irgendwie, dass ich hier Hufudo gemacht habe oder sonst was eben. Es ist einfach nur ein Pattern, was durchspielt und das Ganze dann mit dem Impact, der bei Studio One schon mitgeliefert wird. Und hier, wenn ich mal abspiele, seht ihr auch. Laufen diese vier Sounds durch. Es klingt, naja, okay, aber bum-chack, bum-chack, ziemlich müde und ziemlich uninspiriert. Aber wir wollten es ja auch verbessern, deswegen sind wir ja hier. Also, schauen wir mal rein, was ich gemacht habe. Der Impact liefert auf jeden Fall die einzelnen Sounds auf einzelnen Spuren aus. Und das ist sehr schön, denn wir haben dann hier quasi eine Spur, die habe ich noch gar nicht umbenannt. Die muss ich mal hier Kick nennen. Die mache ich mal auf. Dann seht ihr, dass ich hier einen Equalizer vorbereitet habe und einen Boost, der heißt Drum Saturation. Dann einmal die Snare. Hier ist ein bisschen mehr passiert. Dann die Hi-Hat 1 und Hi-Hat 2. Hier passiert gar nichts. Hier ist gar nichts reingeladen. Dann haben wir hier noch eine leere Spur, die ich vergessen habe zu löschen. Die können wir mal ignorieren. Und dann haben wir hier, wie gesagt, Impact Drums. Da laufen die Drums alle zusammen. Und hier ist dieser Saturation-Bus, den ich angelegt habe. Warum habe ich einen Saturation-Bus angelegt? Ganz einfach, ihr wisst es ja mittlerweile, ich stehe total auf den Camel Crusher. Das Camel Crusher-Tool, mit dem man Bandsättigung oder Sättigungseffekte hinzufügen kann. Oder auch Verzerrungen, also Röhrenverzerrung oder mechanisch klingende Verzerrung. Und ich mache den mal hier kurz auf, weil dann seht ihr sofort, was ich meine. Dieses ist das kleine Tool, was man kostenlos runterladen kann. Den Link packe ich mal unten in die Videobeschreibung rein. Und wenn ihr mir schon ein bisschen länger folgt, dann wisst ihr natürlich, dass ich große Stücke auf dieses Plug-In halte. Kostenfrei und funktioniert einfach wunderbar. Und wir haben jetzt das Pattern hier am Start. Und wenn ich jetzt mal hier unten bei Bassdrum und bei Snare, das sind nämlich die einzigen beiden Spuren, die ich hier zu dem Camel Crusher schicke, wenn ich die mal dazu mache und dann den Camel Crusher dazu schalte. Das heißt, ich spiele jetzt mal ab und schalte ihn dann dazu. Dann werdet ihr sofort hören, was dieses Tool macht. Es geht dann richtig ab. Es klingt sofort deutlich aggressiver, energiereicher, fetter. Irgendwie die Bassdrum kriegt, wird deutlich größer. Und dieser simple MIDI-Sound, der da mitgeliefert wurde, der klingt jetzt schon deutlich aggressiver. Ich habe hier ein bisschen Distortion reingedreht, Tube Distortion, also Röhrenverzerrung. Und habe hier beim Kompressor ein bisschen im Fat-Mode nachgeholfen und das Ganze dann im Mix volle Pulle aufgedreht. Und weil ich das natürlich über den Bus hier dazu gemischt habe. Und wie gesagt, allein dieses Drum-Saturation-Tool, der Camel Crusher, bringt schon so viel mehr beim Sound. Das würde sich dann auch im Mix, wenn viele Gitarren dazukommen oder andere Instrumente, auch viel, viel besser durchsetzen. Weil mir der Sound so aber nicht gereicht hat, habe ich jetzt die einzelnen Sounds noch ein bisschen nachbearbeitet. Aber wie ihr hier sehen könnt, habe ich eigentlich nur Snare und Kickdrum noch mal ein bisschen nachbearbeitet. Und bei der Bassdrum fangen wir mal an. Das Ganze habe ich dann hier übrigens auf diesen Bus hier geschickt, auf den Impact Drums Bus. Und wir fangen mal mit der Bassdrum an. Die habe ich bearbeitet nur mit einem Equalizer. Und wenn ihr hier die Kurve sehen könnt, ich mache den mal an, damit ihr es besser sehen könnt, seht ihr, dass ich hier einen leichten Sicherheits-Low-Cut gesetzt habe. Dann habe ich eine Absenkung hier bei 260 Hertz ungefähr gemacht, von knapp 6 dB. Nochmal eine Absenkung im etwas höheren Mittenbereich hier bei 600 Hertz. Und dann eine starke Anhebung hier bei knapp 3 Kilohertz, 2,8 Kilohertz. Genau, das ist so der Anschlagbereich von dem Schläger, wenn er gegen das Fell klickt. Und der sorgt dafür, dass die Bassdrum sich nicht nur in einem Mix gut durchsetzen kann, sondern eben auch auf kleinen Kopfhörern zum Beispiel. Wenn man also keinen Tief-, also wenn der Speaker keinen Tieftonbereich durchgeben kann, kann man die Bassdrum trotzdem orten, weil sie sich hier im Hochtonbereich noch mal einen kleinen Klick verschafft. Dann eine leichte Absenkung hier bei 16 Kilohertz, aber die macht den Braten auch nicht fett. Und wenn ich den mal dazu schalte, dann kriegt die Bassdrum direkt einen komplett anderen Charakter. Sie ist nicht mehr so rumpelig im Mittenbereich. Das heißt, sie lässt Platz für andere Instrumente. Wird ein bisschen definierter. Und vor allem der Klickbereich oben, also bei diesen knapp 3 Kilohertz, der sorgt auch für so einen Schmack im Anschlagsgeräusch. Achtet mal drauf, ich spiele es nochmal ohne ab und schalte ihn dann nochmal dazu. Und diese 2,8 Kilohertz, wenn ich die mal ausschalte und dann dazuschalte, dann hört ihr, wie das auch nochmal der Bassdrum wirklich hilft, nochmal einen eigenen Charakter und nochmal Durchsetzungskraft zu gewinnen. Das ist ja nicht viel, doch, es ist schon eine ganze Menge. Also 6 dB habe ich hier angehoben und dementsprechend kann sich das dann schon deutlich besser durchsetzen. So viel zu Bassdrum. Die habe ich also wirklich nur mit einem Equalizer nachbearbeitet und habe mich dann der Snare zugewandt. Und die Snare klang mir, weil die so ein bisschen gegatet klingt, ein bisschen zu, die macht ja so, also so, die hat so einen definierten, kurzen Sound. Und ich wollte, dass dieser Sound zum einen etwas länger wird, dass er ein bisschen Raumanteil kriegt und dass er vorne im Anschlag ein kleines bisschen mehr Attack kriegt und komprimiert wird. Und dementsprechend habe ich hier mit einem Kompressor als erstes Mal nachgeholfen. Ich habe hier ein 4 zu 1 Ratio genommen, habe eine langsame Attackzeit genommen, damit das Anschlagsgeräusch durchkommt und erst danach komprimiert wird und dann eine relativ langsame Releasezeit genommen. Und wir schalten mal den Kompressor dazu. Vielleicht könnt ihr ja schon direkt hören, was er macht. Er holt die Snare ein kleines bisschen mehr nach vorne. Ihr seht es hier, die Kompression ist ungefähr 5 Dezibel werden komprimiert und das wird dann hier beim Gain auch wieder aufgeholt. Und sie kriegt ein bisschen mehr Attack vorne und wird ein kleines bisschen länger hinten raus durch die Releasezeit. Achtet mal drauf. Aber noch nicht wirklich genügend. Das heißt, sie wird ein bisschen konstanter im Spiel und jetzt habe ich hier einen Hall drauf gemacht. Und wenn ich den Hall dazu schalte, das ist der normale Hall, der hier mitgeliefert ist, sogar in der Default-Einstellung. Ich habe hier nur beim Mix ein bisschen nachgeholfen und ansonsten im Prinzip fast nichts angepackt. Und wenn ich den dazu schalte, dann wird sie deutlich länger, die Snare. Fast schon Valhalla. Aber das war mir zu lang, also musste ich das wieder einfangen. Ich wollte jetzt aber diese Hallfahne trotzdem hinten dran haben. Das heißt, ich habe mich eines Tricks bedient, den ich mal im Netz aufgefangen habe, den ich hier, glaube ich, auch schon mal gezeigt habe. Und zwar habe ich dieses Signal, dieses komprimierte Snare-Signal mit der langen Hallfahne einfach über ein Gate wieder eingefangen. Und das Gate macht genauso lange auf, wie ich die Snare haben möchte. Ich schalte es dazu. Sie wird länger, kriegt diesen Raumanteil und trotzdem ist sie nicht so lang, wie der Hall an sich ist. Das heißt, das Gate fängt das Ganze ein bisschen ein. Und jetzt habe ich genauso eingestellt, dass die Snare genauso lang wird, wie sie sein soll. Und damit das jetzt alles nicht genug ist, habe ich auf den Drumbus jetzt einfach noch einen Kompressor draufgeladen mit einem auch Standard-Setting hier, glaube ich. Drumbus Smooth habe ich gewählt. Und ich glaube, ich habe hier auch fast nichts angepackt, außer vielleicht am Threshold ein kleines bisschen gedreht. Ansonsten eigentlich nichts. Und der soll jetzt das ganze Drumsignal noch mal ein kleines bisschen zusammenfügen, noch so ein bisschen für diesen Glue-Faktor sorgen. Und den schalte ich mal dazu. Er holt noch ein kleines bisschen die Hall-Fahne von der Snare ein bisschen nach vorne und sorgt dafür, dass das Ganze noch ein bisschen homogener klingt. Wir hören das noch mal kurz von vorne an. Und ich mache den Kompressor aus und schalte ihn dann dazu. Und das war es im Prinzip schon. Die Drums klingen jetzt deutlich dynamischer, deutlich knalliger. Und ich mache mal einmal alles aus und schalte dann sanft dazu, was ich jetzt gemacht habe. Und ihr könnt direkt im Rutsch mal verfolgen, wie sich der Sound ändert. Und gleich habe ich noch eine kleine Überraschung. Also dranbleiben, jetzt noch nicht wegschalten, wenn ich hier mit durch sein sollte. Also los geht's. Also deutlich energiereicher und deutlich charaktervoller als es vorher geklungen hat. Und das Ganze eigentlich nur mit Hausmitteln und mit dem Camel Crusher Tool. Den Link, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und damit ihr mit diesem Pfeil auch ein bisschen rumspielen könnt und auch mal gucken könnt, was ich hier genau gemacht habe, stelle ich dieses Pfeil in den Artikel auf meinem Blog einfach unten rein. Gibt es einen Link zu dem Zip-Pfeil. Da könnt ihr euch das runterladen, in euer eigenes Studio One reinladen. Ihr müsst euch, wie gesagt, nur den Camel Crusher besorgen, aber der ist ja kostenfrei. Und da könnt ihr es bei euch reinladen und einfach mal ein bisschen auch hier Knöpfe schieben und ein bisschen an- und ausmachen und noch ein bisschen genauer hinhören, falls das hier zu schnell gegangen sein sollte. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen hinter die Kulissen gucken und kannst damit auch deine Drums ein kleines bisschen mehr aufwerten in deinem nächsten Song. Kannst ja mal unten reinposten, wenn du einen neuen Song gemacht hast und dann können wir auch mal reinhören, wie deine Ergebnisse geworden sind. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, wie gesagt, gib einen Daumen nach oben. Mit dem Abo bleibst du auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und neben dem Abo-Knopf, da gibt es so eine kleine Glocke. Wenn du die drückst, dann kriegst du auch beim nächsten Mal sofort einen Hinweis darauf, wenn ein neues Video rauskommt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen hier im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall vom Guten nur das Beste,